Jungs, was macht ihr hier? Kamil, Puzzle! Amina, ich glaube, sie verbergen etwas für uns. Jungs, was habt ihr in euren Händen? Jemand hat die Pompons der Cheerleader zerstört! Ja, schade um die Pompons. Wir müssen das schnell aufräumen, bevor Amina es sieht. Sonst wird sie richtig wütend. Hat Laura den Verstand verloren? Sie wurde halt nicht ausgewählt. Deswegen kann sie doch nicht so ausrasten. Mädels, ich habe gute Neuigkeiten für euch. Wir bekommen unsere eigenen Cheerleader-Uniformen. Ja! Amina, hast du sie schon gekauft? Nein, wir werden sie nicht kaufen. Sie werden für uns genäht. Also wird niemand sonst diese Uniform haben, richtig? Natürlich, Mädchen. Unsere Uniform wird exklusiv sein. Ich kann euch sogar schon Bilder zeigen. Amina, zeig mal. Zeig sie schnell. Ich kann es kaum erwarten, unsere neue Uniform zu sehen. Amina, wird die Uniform rot sein? Ja, mit gelben Streifen. Das gefällt mir. Warum nicht rosa wie unsere Frisuren? Mann, das würde uns strahlender und auffälliger machen. Weil rot ein Symbol für Sieg und Erfolg ist. Ich mag unsere Uniform rot mit gelben Streifen. Ah! Ich verstehe das nicht, Zwillinge. Gefällt euch etwas nicht? Es ist alles klar. Okay, Steph, dann bestellen wir uns zwei Uniformen. Eine für dich und eine für mich. Nein, Amina, nein. Lass mich noch mal sehen. Hm, hör mal, Molly. Unsere Uniform gefällt mir jetzt richtig gut. Bestell bitte vier. Puzzle, kannst du dich mal beeilen? Sonst denkt Amina noch, dass wir das gemacht haben. Ja, ich tue mein Bestes. Steph, bitte. Vergiss die Bommel nicht mehr, okay? Okay. Jungs, was macht ihr hier? Camille, Puzzle. Oh, hallo Mädels. Äh, wir haben noch euch gesucht. Ihr hättet einfach anrufen können. Und ihr seid übrigens in der Frauenumkleide. Die Mädchen ziehen sich hier um. Jungs, sind hier nicht erlaubt. Ach ja? Dann gehen wir jetzt besser. Warum habt ihr uns denn gesucht? Äh, wir haben uns gefragt, wie euer Training läuft. Amina, es scheint so, als ob sie etwas für uns verheimlichen. Jungs, was habt ihr in euren Händen? Äh, gar nichts. Dann zeigt uns eure Hände. Puzzle, wir sind in Schwierigkeiten. Sind das unsere Bommeln? Mhm. Was habt ihr getan? Warum habt ihr sie zerstört? Amina, wir haben die Pompons nicht zerstört. Ja, das war Laura. Wir haben es gesehen, wie sie sie zerschnitten hat. Puzzle, wir hatten eine Abmachung. Warum hast du sie erwähnt? Was soll's? Ist es besser, wenn sie denken, dass wir es waren? Laura ist dafür verantwortlich. Das ist eine tolle Ausrede. Wie praktisch, die Schuld auf jemand anderen zu schieben. Wenn Laura es getan hätte, wäre sie diejenige, die hier mit unseren zerrissenen Pompons stehen würde, nicht ihr. Es ist besser, ehrlich zu sein und zuzugeben, dass ihr schuldig seid. Wir waren es aber nicht. Aha. Geht, wir wollen euch nicht mehr sehen. Mädchen, ihr täuscht euch. Wie konnte Camille das tun? Das hätte ich nicht von ihm erwartet. Lass meine Hand los. Warum ziehst du mich? Ich muss mit dir unter vier Augen sprechen, ja? Ich habe eigentlich kein gutes Gefühl dabei. Ich habe bei vielen Dingen auch kein gutes Gefühl. Wer sollte hier stehen? Äh, wer sollte hier stehen? Hey, ich frage dich. Wer sollte hier stehen? Ah, hier? Normalerweise steht hier die Verwalterin Mandy. Und warum sehe ich sie dann nicht? Vielleicht ist sie noch nicht auf dem Campus. Sie ist vielleicht spät dran. Und was machen wir mit den Zuspätkommern? Wir schließen sie im Schrank ein und machen das Licht aus. Das mache ich auch immer so. Falsche Antwort. Wir verweisen die Zuspätkommer vom Campus. Das ist witzig. Willst du denn ein Handy feuern? Oh ja. Vielleicht machen wir das nicht. Ich entscheide, was gemacht werden soll und was nicht. Ich gebe es heute bekannt und morgen gibt es hier einen neuen Verwalter. Also gehen wir. Mann, es ist so langweilig ohne Handys. Ja, ich hatte heute nicht eine einzige Bestellung. Keine Bestellungen, kein Trinkgeld. Ich frage mich, wann Lehrer Tim uns wieder erlauben wird, Handys zu benutzen. Der Spielverderber niemals. Es ist so langweilig hier. Lasst uns eine stille Herausforderung spielen. Wer zuerst spricht... ...ist ein Loser und Stinker. Oh ja, legen wir los. Von nun an werde ich oft die Klassenzimmer überprüfen. Okay, richtig so. Also, warum sitzt ihr hier und seid nicht im Unterricht? Hä? Ich verstehe euch nicht. Ich spreche mit euch. Warum macht ihr den Mund nicht auf? Habt ihr eure Zungen verschluckt? Ah, ich verstehe. Ihr wollt nicht mit mir reden. Ah, ihr ignoriert mich. Okay, dann schreiben wir halt einen Test. Verdammt, er dachte, wir würden ihn ignorieren. Oh, Babbel hat zuerst gesprochen. Du bist ein Loser und ein Stinker. In den Schrank? Da gehe ich hier nicht rein. Wir müssen aber reden, ja? Und ich will nicht, dass uns jemand hört. Also. Warum hast du mich in den Schrank gezert? Wenn du mich loswerden willst und nicht willst, dass jemand davon erfährt, dann wird dir das nicht gelingen. Du wirst im Gefängnis landen und wenn du rauskommst, bist du ein alter, kahlköpfiger, einsamer Mann. Ich werde dir nichts antun. Warum hast du meinen Jungs erzählt, dass nichts zwischen uns war? Jetzt halten sie mich für einen Lügner. Da war nichts zwischen uns. Wir haben uns nicht einmal mit den Lippen berührt. Das war ein Unfall. Und außerdem wollten wir Laura nur wütend machen. Ah, ein Unfall. Und was sagst du dazu? Kamil, sie kommt. Hey, Laura, warte mal kurz. Willst du uns nicht etwas sagen? Nein. Was soll ich euch sagen? Was du zum Beispiel heute in der Frauenumkleide gemacht hast. In der Frauenumkleide habe ich mich heute umgezogen. Wollt ihr vielleicht, dass ich euch zeige, wie ich es gemacht habe? Gibt es was, dass du uns über die Pompons erzählen möchtest? Hä? Äh, welche Pompons? Damit hast du Folgendes gemacht. Schnipp, schnapp. Das waren die Pompons der Cheerleader. Aha. Ich verstehe nicht, wovon ihr redet. Ich habe keine Pompons gesehen und ich habe auch kein Schnipp, schnapp gemacht. Okay, ich muss jetzt gehen. Was für eine Lügnerin. Sie lügt uns dreist ins Gesicht. Ja, obwohl wir es mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Leute, der neue Lehrer hat alle versammelt. Sieht aus, als wäre wieder was passiert. Was will dieser Tim denn jetzt? Wahrscheinlich hat er sich wieder ein paar blöde Regeln ausgedacht. Wir haben Arbeit zu erledigen. Ja, und ich glaube, es war auch gemacht. Also, wenn ich das nicht... Weiß jemand, was wieder passiert ist? Warum werden wir jeden Tag versammelt? Also, Leute. Heute habe ich eine schreckliche Nachricht erhalten. Auf dem Campus ist etwas sehr Schlimmes passiert. Wenn auf dem Campus wieder was fehlt, sage ich dir gleich, dass wir es nicht waren. Ja, und gib uns nicht für alles die Schuld. Und mit uns meine ich mich, Goofy, Babel und Dylan. Nein, es ist nichts verschwunden. Es ist viel schlimmer. Jemand hat die Pompons der Cheerleader zerstört. Und ich will sofort wissen, wer es war. Was soll's, wenn ein paar Pompons zerstört sind? Kauf einfach ein paar neue. Wo ist das Problem? Nein, darum geht's nicht. Heute zerstört jemand die Pompons und morgen dann die Uniformen. Und übermorgen dann? Ich will jetzt sofort wissen, wer das war und warum. Ja, wer das war und warum. Wer auch immer es war, wird es nie zugeben. Kamil, lass dir uns verraten. Wir wissen doch, wer es war. Wer war es denn? Warte mal kurz. Also gut, da der oder die Schuldige nicht gestehen will, werde ich ab jetzt jeden Tag einen Test schreiben, okay? Bis sich der Schuldige meldet. Was? Nein, bestrafe niemanden. Ich bin diejenige, die die Pompons kaputt gemacht hat. Wie bitte? Laura? Warum hast du das getan? Du dummes Ding. Ich hab es getan, weil ihr mich nicht in euer Cheerleader-Team gelassen habt. Und überhaupt. Ich habe die Nase voll von euch allen. Damit ist die Sache erledigt. Die Schuldige ist gefunden. Was bedeutet, dass es morgen keinen Test geben wird. Aber was machen wir mit der Schuldigen? Oh, sperren wir sie in den Schrank und machen das Licht aus. Falsche Antwort. Wir verweisen die Verbrecherin vom Campus. Also, ihr könnt gehen. Verdammt, warum hat Sam sie vom Campus geworfen? Das hat sie verdient. Nein, Steph, wir müssen sie aufhalten. Leute, liked das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden. Und auf Wiedersehen und alles. Untertitelung des ZDF, 2020